Mein Ofenstudio in Bad Oeynhausen. Persönlich nah und kompetent. Herzlich willkommen in unserer schönen Ausstellung mit über 50 Öfen, Kaminöfen, Specksteinöfen, Pellet- und Kombiöfen sowie Bioethanol und Elektrokaminen. Im Bereich Kaminöfen führen wir mit DROV, Rika, Tuli Kiwi und Neo Cube ausschließlich Hersteller von hoher Qualität und mit jahrelanger Erfahrung im Ofenbau. Sie vereinen Tradition mit modernstem Design und komfortabelster Anwendung. Tuli Kiwi, das Original aus Finnland, ist auch unser starker Partner für gesetzte Grundöfen mit höchster Speicherkapazität. Durch modernste Wasserstrahltechnik entstehen aus der klassischen Specksteinoptik neue und wundervolle Designeroberflächen, die individuell ausgewählt werden können. Diese Specksteinöfen sind die erste Wahl, wenn es um langanhaltende und gleichbleibende Kuschelwärme im ganzen Haus geht, egal ob im Holzscheit- oder im Pelletbetrieb. Der österreichische Hersteller Rika bietet ebenfalls eine große Auswahl an Pellet- und Kombiöfen an. Die softwaregesteuerte Regelung mit automatischer Brennstofferkennung und die extra großen Pellet-Tanks sorgen für maximalen Komfort und höchste Effizienz im täglichen Betrieb. Für alle, die keinen Brennenofen anschließen können oder wollen, haben wir eine tolle Alternative. Die Elektro-Kamine und Bioethanolöfen von Sarah Lynn vermitteln echtes Ofenfeeling und mit dem Design sind fast keine Grinsen gesetzt. Mein Ofenstudio in Bad Oeynhausen mit dem Komplett-Service für Ihr Ofenprojekt inklusive Schornsteinbau und Verrohrung mit Qualitätsprodukten der Firma Schiedel. Beratung, Planung, Lieferung und Montage, alles aus einer qualifizierten Hand. Mein Ofenstudio in Bad Oeynhausen. Wir freuen uns darauf, Ihren neuen Ofen aufzubauen.